Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 12. September 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind gerade die Zwillingsgeborenen und wo liegt das Glück? Erfolg im Arbeit, Lob und Anerkennung Aber wie soll das anderes gehen im Leben? Immer wieder gibt es nämlich Hindernisse. Und so ist es auch heute bei den Zwillingsgeborenen. Wenn sie Erfolg haben oder bekommen Anerkennung und Ansehen, dann haben die Zwillingsgeborenen auch Neider. Und genau in die Richtung sollen die Zwillingsgeborenen schauen, weil sie haben geheime Feinde und im Hintergrund laufen auch Gespräche. Und sie sollen auch mal hinter den Kulissen schauen und nicht viel erzählen ihren beruflichen Erfolg. Und wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstagen zu berechnen und auch erkennen liegen da Hindernisse, weil wie heute auch, das kommt immer wieder mal vor. Das können wir natürlich maßgeschnitten berechnen bei den einzelnen Geburtshoroskopen. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.